Liebes Plaster Spektakel Team, wir würden uns sehr freuen, heuer wieder dabei zu sein. Das ist schon echt anstrengend. Es ist für uns nämlich das Sommer-Highlight des Jahres, das wir auf keinen Fall missen wollen. Auf jeden Fall würden wir uns sehr freuen, wieder dabei zu sein. Wir wissen, dass wir eine große Gruppe sind, deshalb sind wir auch gerne dazu bereit, auf das Taggeld zu verzichten. Sprengst du? Wuuuuh! Schönen Tag, ich bin der Rappel! Es geht ja uns nicht um... Ich bin der Rappel! Lass mich mal auf! Ich bin der Rappel! Ich mache jetzt schon! Jetzt haben sie alles nur auf den Koffern. Lass mich mal auf! Lass mich mal auf! Lass mich mal auf! Lass mich mal auf! Auf jeden Fall, wir würden uns bald wieder dabei zu sein. Und vielleicht sehen wir uns im Sommer, wenn wir es so viel sagt wie hoy. Let's go! Freeze! Ja, jetzt ruhig dich in die Körner! Hey, was ist? Das hat's jetzt nicht gemacht worden! Na? Hey! Hey! Ich finde das nicht lustig! Was soll ich denn? Was soll ich denn? Ich liebe dich! Ich liebe dich!